Ja, hallo und herzlich willkommen bei Sinnvoll, dem Psychologie-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bringen heute, glaube ich, ein ganz wichtiges und spannendes Thema mit. Wir beschäftigen uns heute mit Körperbildern. Genau, Körperbildern. Wie entstehen eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes Bilder oder Vorstellungen von unserem Körper in unserem Kopf und was macht das dann mit unserer Psyche? Also inwiefern kann es uns beeinträchtigen? Und inwiefern gibt es vielleicht auch so dieses Wechselspiel, was so in den letzten Jahren in der psychologischen Forschung mal wieder mehr an die Oberfläche gekommen ist? Also zumindest von meiner wissenschaftlichen Beobachtung her kann ich das sagen. Früher war es so, es gab so vereinzelte Theorien, die gesagt haben, ja, das Zusammenspiel von Körper und Psyche, das ist nicht zu vernachlässigen. Dann gab es eine ganze lange Zeit nicht besonders viel, außer wir müssen auf Gedanken, 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 Gedanken pochen und alles nur kognitiv. Immer alles nur kognitiv, kognitiv und Verhalten. Aber der Mensch ist ja nicht nur seine Gedanken und das, was er tut, sondern er hat ja nicht nur den Geist, sondern auch so ein Ding, mit dem er im Leben interagiert. Das heißt, jetzt muss ich mal direkt fragen als Nichtwissende, weil das klingt so, als hättest du einfach schon mega viele Konzepte für dich. Wir haben ja ein Konzept davon, wie wir uns wahrnehmen und wer wir eigentlich sind. Und das ist ja zum einen ein optisches Konzept, aber es ist ja auch nochmal ein Persönlichkeitskonzept, ein Selbstkonzept. Gibt es irgendwie darüber eine Studie, ob die miteinander zusammenhängen und ob sich das verändert? Ja, mehrere. Das ist natürlich ein ziemlich breites Feld, das du da jetzt aufmachst. Also ja, wir haben ja erst mal so aus der sozialpsychologischen Perspektive und schrägstrich Persönlichkeitspsychologischen Perspektive die ganze Forschung zum Selbst. Also tatsächlich ist, glaube ich, die Sozialpsychologie das Fachgebiet, was sich am meisten mit Selbst und der eigenen Identität und auch der sozialen Identität befasst. Und wie entwickelt sich sowas wie ein Selbstkonzept oder auch ein Selbstwert? Und das ist wiederum so ein ganz zentrales Ding. Selbstwert, ja, auch für die klinische Psychologie und die Psychotherapie oder andere Beratungskontexte natürlich sehr wichtig. Selbst, genau, selbst und selbstwert ist ja letztendlich schon, also erst mal ist das Selbst ja etwas, was wir wahrnehmen als unser Anker in der Welt. Also wenn wir mit anderen interagieren, dann sind wir natürlich irgendwie nach außen gewandt, aber wir müssen ja irgendwie eine Vorstellung von uns haben, was uns ausmacht, was uns auch von anderen abgrenzt. Und ein ganz entscheidender, das können natürlich so Konzepte sein, wie man in der kognitiven wissenschaftlichen Psychologie, man denkt über sich selbst in Rollen zum Beispiel. Also ich bin jetzt vielleicht Frau, ich bin Wissenschaftlerin, ich bin in einer Art und Weise Lehrerin, ich bin vielleicht Freundin, ich bin Mutter oder Tochter oder Schwester. Auf der anderen Seite bin ich aber auch, es können ja auch solche ganz wilden Sachen, ich bin Sternzeichen Fische, ich bin Ascendent Widder, ich bin irgendwie eine erfolgreiche Karrierefrau, ich bin empathisch, mitfühlend, fantasievoll, ich bin eine Musikerin, ich liebe Kreativität. Das sind ja auch alles so Attribute, die der eigenen Persönlichkeit zugehören. Jetzt die Frage der Körper ist im Wesentlichen, glaube ich, zumindest heutzutage für uns so ein Selbstwertding, leider. Also wie würdest du das sehen? Du meinst Selbstwertding im Sinne von, dass unser Körper quasi auch unseren Selbstwert definiert. In der heutigen Gesellschaft, glaube ich, ist es so schon relativ verbreitet. Manche sagen ja, der Trend geht davon weg, weil wir halt mehr Body Positivity haben, da kann man sich jetzt auch darüber… Hast du wirklich das Gefühl, dass es davon weg geht? Nein, ich habe das Gefühl, dass unter neuen Deckmänteln das gleiche Konzept weiter im Mittelpunkt stehen wird. Also ja, ich meine, gerade bei Body Positivity, da gibt es ja auch so durchaus kritische Stimmen zu diesem Konzept, aber können wir gleich nochmal darauf eingehen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, in uns Menschen ist das einfach total verankert, dass der oberste Aspekt, für den wir unseren Körper als wichtig heranziehen, unser Aussehen ist. Da gibt es ja auch von Börscheit und Walster dieses Beautiful is Good-Stereotyp. Also was Schönes ist auch gut und da gibt es ja auch echt, ich habe das neulich recherchiert, es gibt so unfassbar viele Studien dazu, auf wie viele Aspekte der Personenwahrnehmung Schönheit einen Einfluss hat. Also wir nehmen schöne Menschen grundsätzlich als intelligenter, sozialkompetenter, führungsstärker, zuverlässiger wahr. Und das Lustige ist, das beweist sich sogar tatsächlich so. Also man stellt auch fest, dass die Leute wirklich zum Beispiel sozialkompetenter sind, was dann dadurch verursacht sein kann, dass schöne Menschen mehr positives Feedback bekommen, dann auch soziale Interaktion eher aufsuchen, darin geübter sind und deswegen tatsächlich sozialkompetenter werden. Also es ist so eine, sich selbst, also wie so ein Teufelskreis im positiven Sinne für die schönen Menschen. Auf der anderen Seite hast du halt, ja sowas wie das, tatsächlich selbst das Aussehen von Politikern über Wahlergebnisse mitentscheiden. Und also natürlich da nicht, muss man nicht aussehen wie ein Topmodel, aber wer jetzt ein kompetentes Gesicht hat und eine gewisse Ernsthaftigkeit, Reife, aber auch Intelligenz im Gesicht stehen hat, der wird eher gewählt. Wobei ja auch immer die Frage ist, was das bedeutet, ne? Also ich habe mich gerade, wenn du das ausgeführt hast, habe ich mich gefragt, ja okay, was ist denn eigentlich schön? Und natürlich haben wir ja so Schönheitsbilder, also wir haben europäische Schönheitsbilder und dann haben wir eher so asiatische Schönheitsbilder und so weiter. Also wir haben ja verschiedene Typen, was Schönheit in verschiedenen Kulturen auch ausmacht, aber gleichzeitig haben wir ja auch noch unsere eigenen Definitionen von schön. Und das ist ganz interessant, weil ich das letzte Woche noch mit Studierenden besprochen habe, was so Schönheitsideale sind. Und das natürlich auch, muss man immer gucken, ob sozialer Wünsche da so mit reinspielt, aber die meisten haben gesagt, naja, Authentizität ist etwas, was, und Ausstrahlung ist etwas, was sie als schön empfinden. Und da ist natürlich die Frage, wie kann man das denn messen? Das ist ja gar nicht irgendwie groß messbar oder, dass man da irgendwie sagen kann, ja okay, dann ist das ein schöner Mensch für mich. Das ist ja an optischen Merkmalen gar nicht zu handeln. Das wäre, das wäre, ja, das ist nicht so schön, wenn das so wäre. Ich glaube tatsächlich, dass da echt viel sozial erwünschte Vorstellungen mit rein spielen und vielleicht auch ein bisschen Selbstbetrug. Also, oder einfach, dass wir, also wir müssen ja gar nicht sozial erwünscht antworten, um vor anderen besser dazustehen. Die Frage ist halt, haben wir wieder ein Selbstkonzept von uns, dass wir nicht so oberflächlich sind, dass wir auf Schönheit so viel Wert legen würden? De facto. Also klar, du hast kulturell bedingt verschiedene Schönheitsideale. Oder also jetzt, es gibt ja in einigen Stämmen, die finden das ja schön, besonders viele schöne Narben im Gesicht, also so künstlerische Narben im Gesicht zu haben. Oder die Frauen mit den langen Hälsen, ich habe den Narben wieder vergessen, also Tellerlippen oder sowas. Oder es gibt im asiatischen Raum, vor allen Dingen bei den Japanern, glaube ich, gibt es ja das Phänomen des Jaeba. Weißt du, was das ist? Nee. Jaeba, das ist, wenn vor allen Dingen Frauen schiefe Zähne haben, dann wird das als besonders niedlich angesehen. Ja, das ist schon klar. Also das gilt als ein Schönheitszeichen, so wie der Schönheitsfleck quasi. Dadurch, dass du abweichst von der Norm, macht dich das besonders interessant. Also das sind aber, das sind Nuancen, würde ich sagen. Also die sozialpsychologische Forschung ist sich schon relativ einig darüber, dass es so ein paar Anker gibt, die Schönheit ausmachen. Und so leid es mir tut und so grausam das jetzt klingt, aber zum Beispiel Hautunreinheiten sind in den wenigsten Kulturen ein Schönheitsideal. Also wenn sie nicht durch Narben gezielt herbeigeführt wurden oder in Form von Tätowierung. Also sowas wie Akne findet keine Kultur als schön. Also es gibt durchaus Merkmale, die übereinstimmend als schön oder hässlich empfunden werden. Und schön ist dabei zum Beispiel Symmetrie. Ein sehr häufiges Schönheitsmerkmal, also wirklich ein symmetrisches Gesicht, weil es angeblich, also wir wissen ja nie, wie die Gene dazu gekommen sind, aber auch auf evolutionäre Fitness hinweist. Und dann hast du Geschlechtsstereotype, Schönheitsmerkmale, wie bei Frauen zum Beispiel im Gesicht. Sowas wie große Augen, volle Lippen, eine höhere Stirn, was gleichzeitig Jugendlichkeit, aber auch geschlechtsreifer andeutet. Das macht eine Frau attraktiver. Bei Männern ist es eher, sind so Dominanzmerkmale, ein markantes Kinn, hohe Wangenknochen werden eigentlich auch generell eher als schön empfunden. Große Augen werden auch generell als schön empfunden. Ob du jetzt blond oder braun schöner findest, ist dann eher eine individuelle Sache, würde ich auch sagen. Aber auch für den Körperbau. Deswegen vielleicht Schlankheitsideal, da ist ja auch immer die Frage, wo wir auch wieder zum Körperbild kommen, oder auch Störungen des Körperbildes, ist jetzt wirklich je dünner, desto besser. Weil das ist nicht so. Also wenn es um das zwischenmenschliche Schönheitsempfinden zwischen den Geschlechtern oder bei der Partnerwahl geht, dann ist ja zum Beispiel ein Punkt der Waist-to-Hip-Ratio, also das Verhältnis von Taillenumfang zu Hüftumfang, bei Frauen bestenfalls 0,7. Also wenn du so 90-60-90-Maße hast. Wow, okay. Ich bin gerade von so viel Wissen gerade mega geblättet. Also 90-60-90 ist 0,67 tatsächlich vom Verhältnis. Also das ist noch unter dem optimalen Ratio. Und bei Männern gilt eins, also wenn die Hüften und die Taille ungefähr gleich breit sind, dann gilt das als positiv. Und schlecht ist immer, wenn die Taille breiter ist als die Hüfte. Das wird eigentlich generell. Also auch, weil es bei Frauen auf eine Schwangerschaft hindeutet. Bei Männern meistens eher auf einen höheren Bierkonsum zum Beispiel. Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich kann mir das auch optisch gerade nachvollziehen. Die Bilder in meinem Kopf, sie sind da, sie gehen nicht weg. Ja, genau. Ja, und ansonsten also wirklich tatsächlich eine gewisse Körpergröße. Also wenn, ansonsten gilt halt oft leider, äh, leider. Also nein, es ist halt einfach so, Durchschnitt ist eigentlich schön. Und wenn du dann durchschnittlich bist, aber in einzelnen Merkmalen extravagant vom Durchschnitt abweichst, so ein bisschen, dann kann das wiederum auch positiv sein. Also wenn du dann eine besonders markante, weiß nicht, Nase hast oder halt einen Schönheitsfleck, dann ist das nicht Standarddurchschnitt. Aber ansonsten, also Cindy Crawford, hätte die jetzt so eine Knollnase gehabt und irgendwie sehr schütteres Haar und wäre 1,50 Meter groß und 1,50 Meter breit gewesen. Und hätte dann einen Schönheitsfleck, dann hätten wir auch eher gesagt, das ist eine Warze, nicht ein Schönheitsfleck. Ja, ja, ich glaube, es geht dann wirklich um das Merkmal. Ich habe aber tatsächlich, in meinem Kopf sind gerade so viele Fragen, weil ich natürlich eher so aus der therapeutischen Sicht auf Körperbilder und so weiter gucke. Und gerade ist so ein Fass voller Fragen in mir aufgekommen. Mach es auch. Genau, ich mache das einfach mal auf, in der Hoffnung, dass ich mich auch ein bisschen sortieren kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch andere diese Fragen jetzt gerade in sich tragen. Zum einen sagtest du gerade, naja, es ist ja so, dass wir kulturübergreifende Schönheitsmerkmale, die einfach da sind und das Symmetrie zum Beispiel da mit reinwirkt und das Durchschnitt ganz gut ist. Und wenn das so ist, dann frage ich, und dann hast du noch gesagt, genau, ich fange, ich drehe mal von hinten auf nochmal. Genau. Und dann sagtest du, dass Menschen, die als schön betrachtet werden, auch eher als erfolgreich etc. angesehen werden. Und vielleicht ist das nur nahe empirisch, aber ich hatte das Gefühl, dass es trotzdem sehr viele Vorurteile gibt. Und dass ich es eher im Umfeld erlebe, dass jemand einer Frau vor allem eher zuschreibt, dass sie eben nicht erfolgreich oder nicht intelligent ist, wenn sie schön ist. Und das würde ja dem widersprechen. Natürlich ist das jetzt nur aus einem sehr kleinen Umfeld irgendwie. Aber das, wie kann man das erklären? Gibt es da irgendwie was zu? Oder ist das einfach nur eine Scheißstichprobe? Ich glaube, nein, ich weiß, ich kann nachvollziehen, was du meinst. Also ich glaube, du meinst so Sachen wie, ja, wenn die so gut aussieht, dann kann die jetzt nicht auch noch klug sein. Oder so nach dem Motto, Eigenschaften können nicht, also man muss ja kompensieren, das muss ja alles gerecht verteilt sein. Zum Beispiel sowas, ja genau, aber auch so in Unternehmensstrukturen, dass dann, aber wahrscheinlich ist das eher so ein Geschlechterding gerade, ne? Ja, das ist, ja. Ich glaube, ich bin gerade nicht auf Körperbild, sondern auf Geschlechterunterschieden. Ja, ich glaube auch. Also niemand hat gesagt, boah, der sieht aber zu gut aus, der kann jetzt nicht sozialkompetent sein. Ja, ja, genau. Also tatsächlich, das ist so ein, ja, Frauenvorurteil, Stereotyp, ne? Vor allen Dingen, wenn du als Frau dann auch noch weiblich bist. Also das ist ja, ne? Ich glaube, das ist dieses Ding, ne? Im Karrierekontext, da könnte man Schönheit und Weiblichkeit vielleicht nochmal abgrenzen. Wenn du als Frau sehr weiblich auftrittst, sagen wir jetzt mal, du trägst deine Haare offen und nicht zum Pferdeschwanz. Du bist dann auch noch geschminkt und dann zum Teufel hast du auch noch einen Rock an. Wie kannst du nur? Und hohe Haken. Das geht ja gar nicht, ne? Dass du dann, dass dann gesagt wird, so, ja, nee, die kann ja nicht. Und ich glaube, da ist es tatsächlich, gibt es so einen Cut auf einer bestimmten Ebene, karrieretechnisch, wenn du diese Ebene erreicht hast, dann macht das nicht mehr so viel aus. Weil dann hast du dich ja irgendwie auch schon bewiesen, dass du trotz dieser Schönheitsmerkmal, dieser Weiblichkeit halt da hingekommen bist. Ich will nicht schon wieder ins wissenschaftliche Abdrücken. Doch, 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 auf jeden Fall. Deswegen frage ich ja. Aber es gibt ja in der Evolutionspsychologie die Handicap-Hypothese, die könnte man da so ein bisschen auch drauf anwenden, die halt letztendlich sagt, okay, ja, ein V, der hat ja so einen schönen langen Schwanz, den er eigentlich für nichts braucht. So, der ist ja eigentlich nur hinderlich. Aber trotzdem konnte er seine Art weiter fortführen. Oder es sind auch so ein paar Wildarten, die jetzt zum Beispiel besonders prächtige Geweihe haben, womit sie eigentlich, wenn sie durch den Wald laufen, auch mal gerne zwischen den Bäumen hängen bleiben. Das ist also nicht so nützlich. Es ist also, es ist auch schwer und so, sich mit so einem Ding zu bewegen. Aber trotzdem haben die sich irgendwie durchgesetzt. Und dann ist es wieder so ein Merkmal, okay, obwohl du so ein auffälliges Merkmal hast, bist du auf die Position gekommen. Und dann kann es deinen Status wieder ein bisschen erhöhen. Also da gab es auch eine Studie, die nannte das dann eher den Red Sneakers-Effekt. Also so im Sinne von, ja, wenn du einen Anzug trägst und dazu rote Turnschuhe, dann, und du kannst dir das erlauben als Businessman, dann zeigst du damit, dass du einen besonders tollen Status hast. Ah, okay. Ich habe das gerade, wir hatten, ich würde, ich glaube, ja, so 2018 oder so gab es mal den roten Sneaker-Trend, wo, ich würde sagen, jeder zwölf- bis 25-jährige Junge in roten, also komplett roten Sneakers hängen dran sind. Ja, ich erinnere mich. Genau. Und deswegen dachte ich, okay, das ist krass, dass das irgendwie so aufgegriffen wurde. Nee, das war von 2014. Also es war noch vor der Zeit. Ah, okay. Vielleicht waren die die Trendsetter dafür. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Ich finde, das ist vielleicht auch nochmal so ein spannendes Thema. Vielleicht führt das jetzt aber auch zu weit, was auch Mode ja mit Schönheit macht. Also das Modetrends, also sobald man sich einem Trend irgendwie fügt, dass man plötzlich auch für andere anders wahrgenommen wird. Und dass man sich selber möglicherweise auch wahrgenommen wird. Und das ja auch wieder was mit einem Selbstwert macht. Also ich glaube, wenn man seinen eigenen Modestil auch für sich gefunden hat, unabhängig davon, ob der gerade zum aktuellen Trend passt oder nicht, dass das ja auch was mit dem Körperbild macht. Und mit dem Selbstwert. Ich weiß noch nicht, ob es dazu studiert. Das weiß ich auch nicht. Aber das würde jetzt passen zu dem Thema Selbstkonzept. Also inwiefern definiere ich mich auch durch meine Kleidung. Und wenn man jetzt mal so in die Entwicklungsphasen guckt, dann ist das ja auch gerade in der Pubertät so eine Zeit, wo Jugendliche mit Kleidung zum Beispiel viel experimentieren oder wo sich auch Subkulturen bilden und man sich abgrenzen will und definieren will durch das, was man trägt. Und es gibt ja auch so durchaus so Phasen im Leben, wo man sich mal sagt, okay, nee, dafür bin ich jetzt zu alt. Also das trage ich jetzt zum Beispiel nicht. Hast du auch solche Phasen? Habe ich auch solche Phasen. Du auch? Ja. Das geht jetzt nicht mehr. Ja, nee, also tatsächlich. Zum Beispiel ging es mir letztens so, da habe ich irgendwie so auf so einer Internet-Shopping-Seite mal so ein bisschen durchgescrollt. Und da dachte ich so, boah, wie kann man eigentlich als erwachsene Frau Jeans mit Löchern anziehen? Also ich will jetzt keinen Dissen, der jetzt Jeans mit Löchern trägt, aber ich persönlich denke so, boah, nee. Also für mich hat das so die Erinnerung an zwölf und zu oft hingefallen. Und ja, ich weiß auch, dass sie so cool und lässig und so ein bisschen punkig aussehen. Aber für mich denke ich dann auch so, komm, seriously, du bist über 30. Aber ich bin wahrscheinlich ein Banause. Ich habe überhaupt kein Gefühl für Trends. Nee, ich habe das eher umgekehrt, also nicht umgekehrt, aber ich habe das eher so, dass ich mir denke, boah, mega cool, dass du das so machst. Ich kann das nicht. Ich bin dafür zu alt oder ich fühle mich dazu irgendwie nicht cool genug oder so. Aber das ist ja auch eine Bewertung, die ich für mich selber dann aber, die auch eben in mein Konzept reingeht. Und ich glaube, da geht es mir ja nicht alleine mit so, sondern dass es ja auch bei vielen anderen ist, dass wir das bei anderen total cool finden oder auch gar nicht cool finden und bei uns selber dann möglicherweise überhaupt nicht mehr. Weil das nicht zu uns passt und nicht zu unserem Selbstkonzept passt, weil wir so nicht gesehen werden wollen und uns so selber auch nicht sehen wollen. Und auch fürs Körperbild ist das ja eigentlich ganz interessant, weil wir verpacken, also Kleidung oder Mode ist ja letztendlich ein Werkzeug, damit wir unser Körperbild nochmal so verpacken, wie wir es gerne haben wollen. Ja, also du kannst halt auch einfach mit Klamotten so viel machen, also auch mit Make-up jetzt zum Beispiel. Da kann man sich ja komplett verwandeln, also indem man Dinge betont oder zurücknimmt oder so. Und das kann natürlich einerseits sehr positiv sein, weil wenn du dann deinen Stil gefunden hast und dich wohlfühlst, dann strahlst du das entsprechend natürlich auch aus. Auf der anderen Seite, jetzt so bei manchen Essstörungen ist es ja tatsächlich so, dass sich das auch ausdrückt. Also die Probleme mit dem Körperbild drücken sich ja in der Kleidungswahl teilweise aus. Also ich nehme jetzt mal jemanden mit Anorexia nervosa, also magersüchtige Personen, die dann zum Beispiel ihren Körper komplett verhöhnen und nur ganz weite Sachen tragen. Das ist ja auch ein Statement letztendlich. Ja, das stimmt. Also ich habe ja ein bisschen mit Essgestörten Mädchen zusammengearbeitet und da war das sehr bezeichnend, dass vor allem die anorektischen Mädchen eben genau diese weiten Sachen getragen haben und es so teilweise fast darauf ausgelegt haben, dass es wirklich immer zu groß ist. Also dass das auch eine Art von Bestätigung war, nochmal zu sagen, das ist jetzt auch zu groß geworden. Und dass es teilweise aber auch darum ging, dass die Size Zero Sachen auch zu groß werden. Und da gab es einmal diejenigen, wo man möglicherweise, ich weiß gar nicht, ob wir so eine kleine Triggerwarnung aussprechen sollten. Ist vielleicht nicht verkehrt. Genau. Ja, genau. Also für alle, die gerade zuhören und die mit diesem ganzen Thema, wo es vielleicht auch in die Bereiche Anorexia mit reingeht, das nicht gut vertragen können, die sollten jetzt diesen Podcast ausmachen und einen anderen hören. Genau. Aber da ist es eben halt so, dass es so zwei Lager gab. Und das eine Lager war, ich möchte meinen Körper komplett verstecken. Und es ging wirklich darum, eher zu verschwinden. Und es war wie so ein extra hässlich machen, in Anführungszeichen. Also es wurde auch so ausgedrückt. Und dann gab es aber das andere Lager, das bewusst Sachen gewählt hat, die viel zu groß waren, aber wo man gesehen hat, ich möchte das gerne präsentieren, dass auch diese Hose jetzt zu groß geworden ist. Und das ist ja eine andere Art von, ja, von einem Ausdruck von gesehen werden wollen oder von Schönheit auch. Also ich würde sagen, dass viele der anorektischen Patientinnen das auch in ihren Schönheitsidealen integriert haben. Also dieses zum Beispiel, dass die Hose dann absteht oder so. Ja, genau. Oder die Ärmel. Ich habe schon Größe XS und trotzdem ist es mir immer noch viel zu weit. Ja, genau. Und dass man das auch wirklich gut auch sehen konnte. Und das ist, ich meine, das ist ja symptomatisch, das gehört ja auch einfach zu der Erkrankung dazu. Aber es macht ja auch so unglaublich viel mit dem eigenen Bild von sich selbst und was passiert, wenn die Sachen plötzlich doch wieder passen, weil man nicht dauerhaft in diesem Zustand ja verharren sollte, kann. Also funktioniert auf Dauer nicht, genau. Ich muss da gerade so an, ich weiß nicht, ob du die kennst, eine YouTuberin aus Amerika, die ist, ich glaube, die ist auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich bin ja selber ein bisschen bei YouTube aktiv, von daher habe ich so verschiedene YouTuber dann auch immer mal im Auge. Und da ist halt eine Eugenia Cooney. Dadurch, dass YouTube ja komplett an mir vorbeigehebt. Ach so, ja, stimmt. Ich habe ja in meinem Leben vielleicht ein oder zwei YouTube-Videos gesehen. Okay, gut. Kann ich nicht mitreden. Okay, dann beschreibe ich es einfach mal ein bisschen. Also ich glaube, sie ist inzwischen 23 oder so. Sieht man ihr aber nicht an und sie lebt auch sehr in so einer ich-bin-super-cute, super-jugendlich-Welt und ist halt so ein bisschen Emo-Goth-mäßig. Ich weiß nicht, E-Girl, ich weiß nicht, wie das heutzutage heißt. Früher bei uns war das so Punk-Gothic-Subkultur. Also sehr stark geschminkt, schwarze, lange Haare. Und die bestellt sich dann, die macht halt immer, also exzessiv anorektisch, wirklich, also ich weiß nicht, ob ich jemals selbst auf so abschreckenden Thinspiration-Bildern, die ja manchmal durchs Internet geistern, ob ich überhaupt in solchen, auf solchen Bildern schon mal so extreme Fälle gesehen habe. Und dann postet sie halt sehr viele und bestellt sich Klamotten und probiert die an. Und die hat genau das, also die hat genau T-Shirts, die dann in Größe XS immer noch extrem weit sind und sucht sich dann auch so bauchfreie Sachen oder Boustiers und Miniröcke oder so Stiefel, wo man dann genau sieht, okay, die Stiefel sind wahrscheinlich schon eigentlich eng und trotzdem sind dann noch so vier Zentimeter an jeder Seite zwischen ihrem Bein und dem Stiefel. Also dann, dass sie dann auch sich umdreht, präsentiert und genau diese Posenzeit, wo man sieht, wie dünn die Arme sind oder wie dünn die Beine oder die Oberschenkel sind, das ist, fand ich halt schon immer mega extrem. Und die kriegt halt auch sehr viel Hate, also weil sie ja so ein negatives Role Model letztendlich ist für potenziell gefährdete Personen. Und für mich als Nichtkennerin, sie ist einfach YouTuberin und anorektisch oder sie ist, also sie präsentiert quasi das Anorektische und möchte aufklären. Nein, sie möchte nicht aufklären. Also sie hat tatsächlich jahrelang nie darüber gesprochen, wurde immer, immer, immer dünner und hat aber offensiv ihren Körper präsentiert und hat dadurch sehr viel Hate-Kommentare dann auch bekommen, sehr viele Dislikes und unter ihren Videos stand dann immer, das sollte verboten werden oder ich gucke nur regelmäßig herein, um zu gucken, ob du noch lebst. Solche Sachen und irgendwann hatte sie dann halt letztes oder vorletztes Jahr hatte sie eine Zeit, wo sie keine Videos gepostet hat und dann kam sie wieder und hat das erste Mal über ihre Mental Health Recovery gesprochen, also dass sie quasi in Therapie war und dass sie, ja, ihre Essstörung überwunden hat, hat das Ganze auch das erste Mal überhaupt so genannt, hat auch so Ursachen wie Mobbing zum Beispiel angesprochen, die dazu geführt haben und im Endeffekt ist es aber den total, es hat den totalen Rückfall gegeben, ne? Also irgendwann kamen keine Videos mehr zu dem Thema, sondern das ganze Verhalten ist da halt so krass dokumentiert, wo ich halt so sehe, okay, du hast da eine, eine richtige krasse Krankheitsgeschichte, einfach die Symptomatik auf Video dokumentiert. Das fand ich halt so krass, ne? Und dann, ich kannte halt, ich, ich habe ja nie da in der Therapie mit solchen Menschen zusammengearbeitet. Ich kenne natürlich Essstörungsforschung und da gibt es ja zur Anorexie auch sehr viel, schon sehr lange Forschung und auch Forschung, die immer wieder zeigt, dass es eine der am schwierigsten zu therapierenden psychischen Störungen überhaupt ist. Die Mortalitätsrate, also die Todesrate, ist ja natürlich auch extrem hoch. Und, ja, 2013 gab es so eine ganze Welle in dem European Journal of Eating Disorders, nein, European Eating Disorders Review und International Journal of Eating Disorders gab es so Aufrufe, dass wir halt die Therapie von Anorexie verbessern müssen. Weil es kann nicht sein, dass wir immer noch auf dem Stand sind, dass wir nicht wissen, wie wir dieses Störungsbild kurieren und heilen können, ohne, dass die Leute wieder rückfällig werden. Und ohne, also die Therapiemotivation ist halt auch häufig sehr niedrig. Und das weiß man auch. Vielleicht müssen wir da kurz einwerfen, warum die so niedrig ist, weil es natürlich auch immer aufgrund des, und da sind wir wieder bei Schönheitsidealen, also wo ist der Punkt, wo Menschen sagen, also wo die externe Bestätigung und damit die Verstärkung des Abnehmens und des immer dünner Werdens aufhört und so umschwappt, da ist man meistens ja schon ganz tief in der Essstörung drin, weil wir in unserer westlichen Kultur ja doch eher das Schönheitsideal, so Schlimmes ist, auf sehr, sehr schlank gehend haben. Und dass sehr schlanke Menschen ja auch immer mit, ich glaube mit Erfolg, also da bist du auch wieder besser bewandelt als ich, aber ja auch immer mit Erfolg und so weiter in Verbindung gebracht werden. Auf jeden Fall mit Disziplin. Genau. Und dann ist ja auch die Frage, ab wann sagt jemand einem jungen Mädchen oder einer jungen Frau, weil das ist ja doch der überwiegende Teil, der an einer Anorexie, also wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit nur über Anorexie nervosa, an einer Magersucht erleidet. Wann sagt ein Mensch so, ey, hier sind wir aber an einer Grenze, die ist nicht mehr gesund. Also die Bestätigung ist ja so lange da und plötzlich kippt das. Warum sollte man das glauben? Und darum ist die Therapiemotivation, wenn ich die ganze Zeit wenig Bestätigung bekommen habe und plötzlich bekomme ich aber ganz viel von außen und jemand sagt mir, wow, toll, wie du abgenommen hast und das ist so großartig und du siehst so frisch und lebendig und machst so viel Sport und so, das ist ja erst mal was ganz Großartiges. Und wenn dann einem das ja wieder genommen werden soll, weil jemand anderes beschließt, dass das krank ist und viele Anorektikerinnen fühlen sich ja gar nicht krank. Und sie fühlen, es ist was anderes, aber die Kraft, die sie plötzlich aufwenden können, ist meistens sogar höher, als sie vor der Erkrankung hatten. Und darum ist die Motivation, das zu verändern, einfach enorm niedrig. Ja, also ich glaube, es hat auch was mit der Einsicht zu tun. Also überhaupt, das ist ja auch so ein bisschen kontrovers, in den letzten Jahren erst geworden, weil es gibt ja die Annahme, dass tatsächlich Menschen mit Anorexie ihr Körperbild verzerrt wahrnehmen. Und es gab jetzt so ein paar Studien, es ist also noch nicht mal ansatzweise in die Lehrbücher durchgedrungen, aber eine deutsche Kollegin aus Tübingen zum Beispiel, die hat tatsächlich eine ganz interessante Studie gemacht, wo sie mit Virtual Reality-Avataren festgestellt hat, dass die tatsächliche, rein physikalische Wahrnehmung des Körperbilds eigentlich nicht verzerrt ist bei Anorektikerinnen. Also dieses Vorurteil, dass sie sich im Spiegel viel, viel dicker sehen, als sie tatsächlich sind, dass das eigentlich nicht stimmt, sondern dass es die evaluative Komponente ist, ob sie sich als dick bewerten und nicht, ob sie sich als dick sehen. Und sie sehen schon, wie dünn sie sind. Und da auch, was du gerade gesagt hast, natürlich die Bestätigung auf der einen Seite, aber es kann ja auch eine Bestätigung sein, dass die Leute sagen, oh, du siehst fast schon, pass auf, dass du nicht magersüchtig wirst. Wie viel Erfolg habe ich gehabt, wenn ich abgenommen habe, dass die Leute jetzt sagen, nachdem sie früher gesagt haben, du bist auch ein bisschen moppelig, ich könnte es ein bisschen abnehmen. Jetzt sagen sie, ich könnte magersüchtig werden. Ich bin übers Ziel hinaus geschossen. Was für eine Bestätigung. Das ist aber auch, glaube ich, eher subjektives Empfinden. Ich habe auch das Gefühl, das ist eine Erkrankung, die gewertschätzt wird irgendwie. Also eine Depression hat ein anderes Vorurteil oder Stigmata als eine Magersucht. und sie wird sogar ja teilweise, ich meine, wenn wir uns so Proana-Communities angucken und so weiter, dann haben wir da ja Leute, die das anhimmeln, glorifizieren. Also eine psychische, massive Erkrankung so glorifizieren, dass es geheime Treffen, geheime, was auch immer dafür gibt, um das weiter voranzutreiben. Ich glaube, für die, die jetzt noch nicht so tief drin sind in der Thematik, kannst du noch mal definieren, was Proana ist. Oh Gott, definieren. Genau, Proana ist eigentlich, ja, leitet sich quasi von Proanorexia ab. Also das Befürworten einer psychischen Erkrankung, also der Magersucht, wo sich eine Community weltweit gebildet hat, die Gott sei Dank, glaube ich, jetzt auch versucht wird, ganz massiv zu zerschlagen, die eben sich gegenseitig supportet, noch schlanker zu werden, noch dünner zu werden, noch mehr in die Krankheit zu kommen und mit sehr, sehr viel kreativen Ideen daran arbeitet, das weiter voranzutreiben. Und durch diese, da bist du jetzt auch wieder mehr drin, durch diesen Gruppeneffekt scheint das sehr effektiv zu sein. Dass du so ein In-Group, Out-Group-Phänomen hast, du hast jetzt endlich so eine Zugehörigkeit, du hast irgendetwas, eine Peer-Group, die genauso tickt wie du, du hast etwas, wodurch du anders bist als andere und du hast halt, ja, es ist halt wie bei allem, wo du zu irgendwelchen geheimen Gruppen dazugehörst, das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, so ein elitärer Bund, der geheime Regeln befolgt, die niemand sonst weiß oder, ja, regelmäßig Wettkämpfe durchführt, also wer nimmt mehr ab oder Ähnliches, wer hältst du am längsten durch, nichts zu essen, wer isst am wenigsten pro Tag oder so. Ja. So was dann, also auch wieder identitätsstiftend. Und das ist ja immer so die Frage, bei psychischen Störungen sehe ich mich wirklich als eine Person, so dass dieser Teil der psychischen Störung zu mir, zu meinem Persönlichkeitskonzept so sehr dazugehört, dass ich quasi zerfalle als Persönlichkeit, wenn ich das heile. Ja, das ist ja auch ganz häufig die Frage, vor allem, also in ganz vielen anderen psychischen Erkrankungen auch, aber bei Essstörungen, vor allem bei Magersucht, fällt mir das immer noch mal genauer auf, wer bin ich, wenn ich diese Krankheit loslassen würde. und dadurch, dass man ja, also vom Störungsmodell her, also wie das Ganze entsteht, ist ja zuerst hohes negatives Feedback vorhanden oder gar keins und man versucht darüber so ein bisschen die Kontrolle wieder zu erlangen. Und wenn ich dann plötzlich ja viel positives Feedback, viel Verstärkung erhalte und ich etwas wieder ablegen soll, dann ist ja die Angst groß, dass ich wieder in die alten Muster reinfalle und dass ich wieder die alte Person werde, die ich ja massiv habe versucht abzulegen, indem ich mir den bestmöglichsten Weg, den ich dann zur Verfügung hatte, genommen habe, nämlich zu sagen, okay, ich höre einfach auf zu essen oder bin sehr restriktiv oder mache noch mehr Sport oder also wie auch immer ich diese Methode anwende. Und das ist, wenn ich das loslassen würde, ist das, wer bin ich denn dann noch? Weil da habe ich vielleicht meine Identität gefunden und dieser Weg dahin, vor allem auch in der Therapie, dann zu besprechen, wie kann ich mich denn neu definieren? Das ist, ich habe das Gefühl, das wird manchmal vergessen, dass es auch ein Abschied und eine Trauer ist, die dann stattfinden muss. Und das ist eben nicht ganz, ja, so kognitiv, behavioral. Okay, wir machen jetzt folgende Pläne und dann gucken wir, dass du viel zunimmst und so weiter. Dass diese Komponente, aber wir müssen auch trauern und uns verabschieden und wir müssen auch dafür sorgen, dass wir eine neue Identität da finden. Genauso wie es eben bei anderen Trauerprozessen auch stattfindet. Weil viele sprechen ja auch quasi von der Krankheit und personalisieren sie aber auch so stark. Und das heißt, ich muss vielleicht auch eine gute Freundin auslassen, weil viele ihre Magersucht als Freundin und Feindin anerkennen. Das heißt, da sind wir wieder auch in verschiedenen Identitätskrisen vielleicht auch. Ja, und natürlich, also ein Coping-Mechanismus, also eine einfach Stressbewältigungs- oder Emotionsregulationskomponente, die dir wegfällt. Also du musst ja quasi alternative Skills entwickeln und da mit dem Stress in deinem Leben noch klar zu kommen. Du musst vor allen Dingen, wie du eben schon gesagt hast, diese Kontrolle eigentlich loslassen. Also ein Kontrollmechanismus, den sich viele über viele, viele, viele Jahre in den prägendsten Zeiten ihres Lebens aufgebaut haben, der wird dir dann weggenommen. Und am allerschlimmsten dann, wenn jemand anders noch sagt, du musst diese Krankheit jetzt überwältigen und du hast selber eigentlich gar keine Einsicht. Und da sind wir wieder bei der Therapiemotivation. Ist ja auch so, dass viele, die zum Beispiel stationär behandelt werden, eingewiesen werden. Also gerade Minderjährige und da nicht aus eigenem Antrieb sind. Und ja, auch immer auf der anderen Seite, was wir eben auch schon gestriffen haben, das Thema mit, ja, das Gegenteil davon ist halt sehr stigmatisiert, aber nicht das Dünnsein. Das Dünnsein ist immer noch ein Leistungsmerkmal in einer Gesellschaft, die voller Nahrungsmittelversuchungen an jeder Ecke wartet. Und ja, ich meine, guckst dir an, irgendwie zwei Drittel der Gesellschaft sind übergewichtig. So. Und dann ist es ja, ist ja krass, wenn du es nicht nur nicht bist, sondern auch noch extrem dünn bist und all diesem so hart widerstehen kannst. Und das dann dir auch noch wegzunehmen irgendwie als ein Merkmal, was dich auszeichnet. Und die Angst davor, in einen anderen Bereich zu fallen, der stark stigmatisiert ist. Also wieder übergewichtig zu sein, auch wenn für dich nicht in der physikalischen Wahrnehmung, aber zumindest in der Bewertung übergewichtig schon da anfängt, wo es für andere noch ganz normalgewichtiger Bereich ist, weil du eben ein kleines bisschen Fett am Po hast oder an den Oberschenkeln, was normal ist, aber in dem Fall vielleicht in der eigenen Bewertung des Körpers nicht normal sein sollte. Und das ist ja auch ein Gewöhnungsprozess. Also wenn ich über viele Jahre und bis ja jemand, der magersüchtig ist, es ja in Therapie geht, also wahrscheinlich die Therapie geht relativ fix, also geht man relativ fix in Therapie, aber bis man quasi an den Punkt kommt, wo man tatsächlich wieder Gewicht zulegt, ist ja schon einiges an Zeit vergangen. Das heißt, ich habe mich ja auch schon an dieses Bild so gewöhnt. Und auch das ist ja auch etwas, was wir, glaube ich, alle kennen. Wenn wir plötzlich etwas an uns verändern, dann ist das höchstwahrscheinlich erst mal, ein Störgefühl. Und dann müssen wir uns daran wieder gewöhnen. Und wenn ich plötzlich aber an Gewicht zunehme, was sich zwingt muss, dann ist das ein Störgefühl, was in mir ausgelöst wird. Und dann möchte ich das wieder erst mal von mir abspalten. Also vermeide ich wieder jeglichen Kontakt damit. Und dann auch noch, wenn es fremdbestimmt ist und nicht aus deiner eigenen Entscheidung herauskommt. Also selbst aus der eigenen Entscheidung ist es ja wahrscheinlich schwer genug, da sich wieder dran zu gewöhnen, wie du gerade sagst. Und gerade dann zu sehen, okay, jetzt muss ich die Hose vielleicht dann doch wieder in Größe 34 statt in Größe 32 kaufen. Also auch dann an Zahlen noch festgemacht oder eben an der Waage, die ja dann in der Therapie auch immer noch eine große Rolle spielt. Kann man jetzt auch? Ja, ich persönlich, also ich bin ja noch keine Psychotherapeutin. Ich halte das für nicht gut. Nee, ich auch nicht. Okay. Achso, krass. Also ich glaube tatsächlich, dass wenn du Menschen, die sich daran schon als Maßstab sehr stark orientiert haben, immer messen, wiegen, messen, wiegen, genau diesen Maßstab in der falschen Reihenfolge vorlegst, ist das nicht der Weg der Heilung. Also in meinen Augen. Also du musst die Leute weg, also am besten nicht mehr wiegen. Also man muss einen anderen Umgang mit dem Körper finden. Aber das ist jetzt die, meine wissenschaftliche Perspektive, wo ich einfach denke, es macht keinen Sinn, den Menschen die Skala, die sie für ihre Erfolgsmessung genommen haben, zu geben und ihnen zu zeigen, dass sie jetzt Misserfolg haben. Ja, ja, ja. Ja, also das ist für mich halt irgendwie, wie gesagt, ich bin auch, muss auch sagen so, ich verstehe, die Essstörungstherapie ist sehr schwierig, aber es gibt da halt auch immer wieder Momente, wo ich halt denke, wir brauchen nicht nur irgendwie, wie manche Wissenschaftler sagen, jetzt irgendwie Methoden, die eher auf Gehirnebene funktionieren, dass man sagt, okay, wir brauchen vielleicht tiefe Hirnstimulation oder irgendwie andere Formen von Hirnstimulation, transkranielle Magnetstimulation, wo du so ein Magnetfeld an bestimmten Hirnregionen anlegst, was auch erprobt wurde. Ich glaube, das ist gar nicht mal so der Fall. Ich glaube, das Problem in der Behandlung sitzt noch viel tiefer. Da lehne ich mich weit aus dem Fenster, nicht, dass ich, kriegen wir jetzt böse Kommentare von etablierten Therapeuten, das ist natürlich auch schwierig und ich lehne mich da, also verlasse da meine Expertise. Ich sehe nur manchmal, wo ich mir denke, es kann auch nicht der richtige Weg sein, solche Menschen zwingen, Nutella mit Butter auf einem Brot zu essen, wenn man sie eigentlich zu einer gesunden Ernährung bringen will. Aber gut, das ist jetzt. Körpertherapie, glaube ich, macht da durchaus viel mehr Sinn, und zwar weg von Zahlen. Wie sind da so deine Vorstellungen? Ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, da können wir auch ganz offen sprechen, weil wir sind ja keine Therapeuten, deswegen können wir einfach unsere eigene Meinung dazu sagen. Aber ich sehe das ähnlich. Also ich glaube auch, dass wenn ich die ganze Zeit mich mit Zahlen beschäftige, dann habe ich den Blick ja eher nach außen und ich bin immer ein großer Fan davon, den Blick nach innen zu richten, also das ja eigentlich auch Sinn einer Psychotherapie ist. Und dann aber vor allem immer und immer wieder auf Beziehung zu gehen und immer wieder darauf zu gucken, okay, wo ist denn jetzt gerade das Problem, dass du deinen Mechanismus in Essen, also oder deinen Kontrollmechanismus auf Essen projizierst. Und das Essen oder das Hungern ist meiner Meinung nach niemals die eigentliche Erkrankung, sondern es liegt halt, wie du schon gesagt hast, einfach immer viel tiefer. Und das ist das Symptom. Und in der Medizin und auch in der Psychotherapie behandeln wir ja ganz häufig das Symptom, aber nicht die Ursache. Und ich glaube bei, das macht in vielen, vielen Sachen total viel Sinn. Und bei Essstörungen, vor allem bei Magersucht, glaube ich, macht das überhaupt keinen Sinn. Oder was heißt überhaupt keinen? Natürlich müssen wir Mindestgewicht haben und natürlich müssen wir gucken, dass uns die Person, die vor uns sitzt, nicht wegstirbt. Und das kann passieren. Und diese Gefahr darf man nicht außer Acht lassen. Und nichtsdestotrotz geht es doch darum, ein Gefühl für sich zu entwickeln und eine Einstellung für sich zu entwickeln, dass ich, egal was mir passiert ist oder was mir widerfahren ist und dass ich für mich verstehen lerne, dass ich meinen Selbstwert über etwas anderes ziehen kann und dass ich meine Kontrollmechanismen auch woanders finden kann und dass ich auch ohne dauerhaft Leistung zu bringen, weil dauerhaft dünn zu bleiben ist ein so enormer Aufwand. Es ist so enorm anstrengend und die Anorektikerinnen und Anorektiker, die spüren ja diesen Aufwand gar nicht mehr. Die spüren ja nicht, welchen Kraftakt sie da täglich aufbringen. Und weg gewertschätzt zu werden, auch ohne das, ohne diesen Kraftakt aufzubringen. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Momente oder dass ich meine, das ist eine Grundhaltung hoffentlich von jedem Psychotherapeuten, dass man sagt therapeutische Beziehung und Wertschätzung und bedingungslose Wertschätzung und Anerkennung in allen Bereichen. Aber das muss auch gelebt werden. Das musst du vor allen Dingen dir selbst auch gegenüber entgegenbringen. Und das ist, glaube ich, nochmal besonders hart. Also auch vor allen Dingen im Hinblick eben auf den Körper, der letztendlich ja dann irgendwie ein Maßstab ist für dich in diesem Bereich. Aber das war auch das, also ich denke auch, Beziehung ist ein wichtiger Punkt, allgemein wertschätzender Umgang mit sich selbst, aber auf der anderen Seite halt auch mit dem eigenen Körper und zwar mit seiner Funktionsweise. Also was er alles für dich leistet und nicht nur seine Form, sein Aussehen. Und natürlich die Kontrolle der, wie soll man sagen, Bildhauer über den eigenen Körper zu sein, dadurch, was man isst oder nicht isst, ist natürlich auch wieder so Gestaltungsmöglichkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auf der anderen Seite zu sagen, okay, was braucht mein Körper denn eigentlich? Also wieder so einen Zugang zu finden und den Körper zu wertschätzen, unabhängig von seiner Form, einfach dafür, was er für dich leistet im Alltag. Also, dass du dich mit ihm bewegen kannst, dass er so klug ist, so unfassbar viel Intelligenz in deinem Körper ist und eigentlich du ja dir eingestehen musst, wie sehr du ihn folterst mit so einem Geist über Körperdenken. Und da finde ich halt gerade so diese Erkenntnis, wie eng eben Geist und Körper zusammenhängen, auch nochmal ganz wichtig, dass eine gute Sorge für deinen Körper auch wieder eine gute Sorge für deinen Geist ist und umgekehrt. Und dass du das Zusammenspiel für die Heilung brauchst. Wobei, da kommen wir jetzt ja wieder, also da gehen wir noch in eine andere Richtung, denn Anorexie hat ja nicht nur die Richtung, also in den seltensten Fällen ja sogar, die Richtung, dass man einfach ganz schlank sein möchte, sondern das ist ja das Symptomen. Also die Strategie, um an etwas zu kommen, was man sonst nicht so richtig spürt. Und es gibt ja aber auch leider viele Anorektikerinnen, die aufgrund dessen, dass ihnen etwas Schlimmes widerfahren ist, wie Traumata, eben in diesen Zustand geraten sind, gelangt sind und das vielleicht sogar bewusst hervorrufen. Und dann ist es so schwierig mit der Dankbarkeit und dem Körper. Das heißt, da geht es dann auch wieder, und das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, dass man eben nicht nur daneben guckt, dass man das Gewicht wieder hinhält, sondern auch mal schaut, haben wir vielleicht noch was anderes, was wir da mitbringen, wo es eigentlich maßgeblich eher darum geht. Und wo quasi das Körperbild und die Erschaffung des Körperbildes, wie ganz, ganz dünn sein und verschwinden wollen, eben auch wieder nur eine Ausprägung ist, um etwas anderes zu schützen. Das würde mich jetzt mal interessieren, das muss ich mal unbedingt recherchieren. Und zwar, ob tatsächlich diese zwei Arten von Anorexie, die wir eben besprochen haben, Ausprägung unterschiedlicher Ursachen sein können. Also das Verschwinden wollen würde ja eher zu dem passen, dass mein Körper vielleicht schuld war für etwas, was mir passiert ist. Und dieses Mich-zur-Schau-Stellen-Wollen, tatsächlich eher so dieses Demonstrieren von Macht über den Körper. Oder Kontrolle. Oder halt auch das Suchen nach Anerkennung irgendwie zur Stärkung des eigenen Selbstwerts, ohne dass jetzt zwangsläufig halt ein traumatisches Erlebnis wie Missbrauch oder ähnliches da im Hintergrund liegt. Ich weiß nicht, ich kenne gerade keine Studien dazu. Dafür war ich selber noch nicht tief genug in der Thematik drin. Ich weiß nicht, ob du da aus deiner Erfahrung irgendwie ... Ich habe nur die Fragestellung noch nicht verstanden. Also würde es, wenn du jetzt sagst, du hast auch da mit verschiedenen Menschen Kontakt in dem Bereich gehabt, durch in deiner Praxiserfahrung. Du hast ja da auch, glaube ich, so Community-mäßig auch mal beratend einigen Betroffenen zur Seite gestanden, dass die Menschen, die eher verschwinden wollen, eher die Menschen sind, deren Anorexie durch ein traumatisches Ereignis vorgerufen wurde. Und die, die sich eher zur Schau stellen wollen, also die jetzt nicht den weiten Pulli tragen, sondern das knappe Röckchen und zeigen, wie weit die Klamotten sind, dass sie vielleicht eher aus anderen Motiven in die Anorexie gekommen sind. Also ich würde das nicht pauschalisieren, aber ich würde sagen, dass die Tendenz da schon hingeht. Und spannenderweise, aber auch das ist alles nur nahe empirisch, aber ich fände das mega spannend, darüber zu forschen. Also sagen auch diejenigen, die mit vielleicht einer komplexen Trauma-Folgestörung noch dazu anorektisch geworden sind, die sagen auch ganz klar, nee, ich sehe, wie dünn ich bin. Ich weiß nicht, wie ich es ändern soll. Und ich kann es auch nicht. Also die sehen das auch ganz klar als Bestrafung an und wissen einfach keinen anderen Mechanismus. Und das ist natürlich für mich, also für mich als angehende Psychotherapeutin wäre das auch ein ganz anderer therapeutischer Ansatz, den ich dann wählen müsste. Wobei, also das auch die andere Richtung bedeutet ja nicht, dass das in irgendeiner Form weniger schlimm ist oder so, sondern auch da geht es darum, dass das ein Bewältigungsmechanismus ist. Aufgrund einer, eines Einflusses ist wahrscheinlich, oder einer dysfunktionalen Bewältigungsstrategie, die ich vorher nicht anders, also die ich vorher nicht anders wusste. Das heißt, beides ist schrecklich für denjenigen und beides ist nicht zu schmälern irgendwie, aber dass es eben andere oder unterschiedliche Ansätze sind, zum einen in der Haltung und wie auch diejenige oder derjenige sich sieht und wahrnimmt und auch nach außen präsentiert. Und zum anderen aber auch, wie gehe ich denn dann als therapeutische, in der therapeutischen Beziehung damit um. Das finde ich ganz, ganz wichtig, das auch zu differenzieren. Nochmal so ein bisschen zurück zum Thema Körper. Jetzt sind wir sehr lange in der Anorexie, aber es ist ja auch, also ich meine, das ist ja, glaube ich, das, also Körperbild, ich forsche ja auch so ein bisschen zum Thema Körper und verschiedenen Aspekten des Körperbildes und das ist ja immer das, was direkt in Verbindung gebracht wird. Körperbild wird eigentlich mit Essstörungen in Verbindung gebracht. Also die meisten Leute, die ich kenne, die jetzt ohne großartige Psychologie-Vorkenntnisse Körperbild hören, die denken an Körperbildstörungen. Und denken an Essstörungen. Okay. Oder hast du da einen anderen Eindruck? Nee, ich habe gerade gedacht, woran würde ich denken und ich würde mir einfach denken, okay, ich würde so Stigmata von schön und nicht schön, also schön und hässlich, glaube ich. Aber vielleicht auch, weil einfach Essstörungen so nah an mir dran sind. Vielleicht ist das zu nah für mich, dass ich dann sofort darauf plädieren würde, weil das irgendwie zu plakativ für mich wäre. Ja, es gibt ja auch einfach andere Aspekte des Körperbildes als das Gewicht. Das finde ich halt nochmal eine wichtige Komponente. Also es gibt ja eine andere Störung, die auch gar nicht so intensiv erforscht ist, wie die Anorexia zum Beispiel, die Körperdysmorph-Störung, wo Menschen halt auch eine verzerrte Körperwahrnehmung, Schrägstrich ein verzerrtes Körperbild. Also tatsächlich vielleicht auch, ja, da streitet man sich drüber, es gibt Studien, die sagen, die nehmen vielleicht tatsächlich Dinge detaillierter wahr und nicht so sehr ganzheitlich. Aber es gibt auch Studien, die sagen, nee, das ist halt prinzipiell im Wesentlichen durch diese Körperbildkomponente der Bewertung und nicht der physikalischen Wahrnehmung des Körperbildes bedingt. Aber dass diese Menschen halt bestimmte Bereiche ihres Körpers als makelhaft definieren, zum Beispiel die Nase oder die Haare sind zu dünn. Also explizit nicht das Gewicht im Vordergrund haben oder den Körperfettanteil. Und auch da ist es ja so, dass irgendwie letztendlich teilweise so Kontrollversuche stattfinden, wie zum Beispiel Schönheitsoperationen, was ja dann noch ein ganz wichtiger Punkt ist, das hilft meistens nicht. Also die gehen, das sind auch gerne die Leute, die dann immer wieder zur Schönheitsoperation laufen und immer noch nicht zufrieden sind und dann den Chirurgen verklagen später, weil der es nicht richtig gemacht hat. Ja, weil das Problem halt viel tiefer sitzt in der eigenen Wahrnehmung. Und ja, das ist, ja. Das heißt, würdest du aus psychologischer Sicht Schönheitsoperationen per se ablehnen? Nee, das jetzt auch nicht. Also ich glaube, wenn man wirklich eine bestimmte Unzufriedenheit mit einem bestimmten optischen Merkmal hat, wo man wirklich lange drunter gelitten hat. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal was, was die meisten vielleicht nicht mal als Schönheitsoperationen ansehen würden, aber nehmen wir mal so schiefe Zähne oder abstehende Ohren, die man sich anlegen lässt oder Ähnliches. Also das kann schon auch Erleichterung, vor allen Dingen bei grausamen Kindern zu bringen. Also weil Kinder sind da manchmal grausam aufs Aussehen fokussiert, also weniger zurückhaltend als Erwachsene. Wobei, da gibt es auch gegenteilige. Es ist ja auch immer die Frage, ob es die Kinder sind oder ob die Kinder das durch die Eltern oder durch Bezugspersonen erlernt haben und deswegen so sind. Ja, oder durch die Medien halt. Also da ist es ja auch so, dass die Bösen häufig in hässlich dargestellt werden und die Guten sind immer die Schönen. Das ist so Cinderella oder so. Die Stiefschwestern, die sind ganz hässlich, aber sie, sie ist die Gute, die sind auch böse. Ich habe mal, oh Gott, jetzt schweife ich total ab. Als Kind habe ich mal eine Zeichentrick-Folge von Mein kleines Pony und noch die alte Version, die noch so kitschig war und nicht hier My Little Pony, wir sind jetzt alle funky, gesehen. Und da ging es darum, dass tatsächlich die Lektion dieser Folge war, es gab so ein paar Blumenmenschen und die waren ganz schön, weil es waren Blumenmenschen und dann gab es die Krebsmenschen, die waren ganz hässlich und am Ende hat sich herausgestellt, die Blumenmenschen waren die Betrüger und die haben alles ausgebeutet und die Krebsmenschen waren die Polizisten. Aber die Ponys, die haben am Anfang nur den Blumenmenschen vertraut, weil die schöner waren und die Lektion von der Geschichte war, dass ugly isn't always nasty, pretty isn't always nice. Also nicht alles, was hässlich ist, ist böse und nicht alles, was schön ist, ist gut. Und das finde ich immer gut. Ja, aber das, also einerseits ist es cool, dass es in Kindersendungen auch mal so vorkommt, aber andererseits, wenn dir dann erst mal bewusst wird, in wie vielen Kindersendungen Schönheit tatsächlich dann auch, also da weiß man auch, wo das langer Brückenschlag zurück, schön ist gut, Klischee, dann halt auch schon seine Wurzeln nimmt, also auch medial vermittelt. Aber wenn du dann halt dich selber als hässlich wahrnimmst oder als irgendwie abweichend von Schönheitsideal oder auch vom optimalen Körperbild, also von einem Körperbild, was du bei einer positiven Bewertung deines Körperbildes, aufgrund einzelner Merkmale, also das kann pathologisch werden, vor allen Dingen ist es bei der Körperdysmorphenstörung ja häufig so, dass der Makel gar nicht in dem Ausmaß für Außenstehende erkennbar ist. Also ich sage jetzt mal, es gibt Menschen, die haben zum Beispiel, die leiden unter einer sehr großen Nase oder so und die fühlen sich danach wirklich besser, wenn dieser Makel behoben ist. Oder die sagen auch einfach, ich fühle mich einfach ein bisschen damit wohler oder so. Ich mache das aus Respekt vor mir selbst, aber meistens sind die dann auch zufrieden. Bei Menschen, die aber wirklich die Körperdysmorphenstörung haben, die beschäftigen sich normalerweise bis zu acht Stunden am Tag mit ihrem Makel und versuchen auch schon immer den zwanghaft zu retuschieren durch Make-up, durch bestimmte Kleidungsstücke, Perücken oder ähnliches oder auch so Selbstoperationen oder Selbstbehandlung, dass sie, wenn sie mit ihrer Haut unzufrieden sind, dann exzessive Fruchtsäule-Peelings oder irgendwie Dermaroller-Prozeduren über sich durchführen oder ergehen lassen oder immer wieder, also Hautlasern, also egal, was die Schmerzen bringen, ich bin immer noch so hässlich und halt einfach das ganze zwanghaften Charakter hat. Also du auch aufdringlich Gedanken hast, dich gar nicht mit was anderem beschäftigen kannst und vor allen Dingen auch so Sachen wie, ich gehe nicht mehr aus dem Haus, weil ich so hässlich bin. Was dann ja auch wieder so einen eher phobischen Charakter, so sozialphobisch mit da reinbringt, ne? Es ist total eng verwandt damit. Es wurde auch Dysmorphophobie, wird es auch genannt, also Angst davor, entstellt zu sein. Und tatsächlich ist es so, dass sehr viele bedingende Konstrukte, die man aus der Sozialphobie-Forschung oder aus der sozialen Angststörung kennt, kann man sehr gut übertragen auf die Körperdysmorphosstörung. Aber bei der Sozialphobie hast du ja eher die Angst davor, zum Beispiel dich zu blamieren, etwas Peinliches zu sagen oder was weiß ich, irgendwie beim Essen komisch auszusehen oder einen dummen Kommentar zu machen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen und dann negativ bewertet zu werden. Das auch bei der KDS, aber negativ aufgrund deines Aussehens und zurückgewiesen werden aufgrund deines Aussehens. Was natürlich auch wieder dann, also um mal den ganzen Bogen wieder so zurückzuschlagen, was natürlich dann wieder bedeutet, dass mein Aussehen quasi maßgeblich auch mit meinem eigenen Selbstkonzept zu tun hat. Und dem Selbstwert. Ja, genau. Und dass ich beides nicht voneinander trennen kann, sondern dass ich auch immer, also vor allem auch in der Therapie finde ich das total wichtig, auch immer beide Aspekte einmal zu beleuchten oder auch diagnostisch einmal abzuklären. Also wie zufrieden sind sie denn mit ihrem Körper und so weiter. Das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Frage, um da mal auch zu schauen, wo hakt es denn eigentlich? Oder ist es das Außen oder das Innen oder ist es eine Kombination von beidem? Und woran muss man tatsächlich arbeiten oder kann man arbeiten? Ja, ich überlege gerade, wie man es auch noch in der, also es werden ja auch so Expositionstechniken eingesetzt, also Konfrontation mit dem eigenen Körper, teilweise mit Aufmerksamkeitslenkung. Also zum Beispiel, man stellt eine betroffene Person vor den Spiegel mit dem entsprechenden Körperteil. Das kann der ganze Körper sein, das kann aber auch nur das Gesicht sein, bei der Körperdysmorphenstörung zum Beispiel. Und dass man einerseits durch die wiederholte Konfrontation, ohne etwas an sich zu manipulieren oder ohne was zu verstecken, an sich selbst besser gewöhnt wird, wie du das eben schon so schön gesagt hast. Oder aber, dass du gezielt die Aufmerksamkeitssteuerung lenkst. Und zwar einmal beim Betrachten deiner selbst eher auf das Ganzheitliche und nicht so sehr auf die Details, auf die Makel, auf die Problemzonen. Aber auch im Alltag die Aufmerksamkeitssteuerung im Hinblick auf den Selbstwert eher auf das zu lenken, was deinen Charakter ausmacht oder deine weiteren Qualitäten, deinen Humor, deine Zuverlässigkeit oder Ähnliches und halt eben nicht so sehr vom Selbstwert. Und da kann es sehr hilfreich sein. Da hatte eine Kollegin von mir eine spannende Studie gemacht, tatsächlich so etwas wie ein Selbstwert-Tagebuch zu führen über Sachen, die explizit nichts mit dem eigenen Aussehen zu tun haben. Also nicht, ich habe ein Kompliment dafür bekommen, dass ich so toll aussehe, sondern heute hat man mich gelobt dafür, dass ich eine gute Leistung erbracht habe oder eben, weil ich so gut zuhören kann. Oder weil ich so eine liebe Tochter bin, weil ich ein lieber Mensch bin, weil ich so viel Mitgefühl habe, weil ich mich so engagiere oder Ähnliches. Das machst du mit essgestörten Personen auch. Genau, also versuchst du das, denn das kann da auch immer nach hinten losgehen. Ja, der Leistungsaspekt. Genau, und deswegen muss man da auch immer ganz vorsichtig sein. Ja, aber das können halt so Ansätze sein. Also die Konfrontation mit sich selbst, um sich an sich selbst zu gewöhnen. Weil es gibt ja bei der Körperdysmorphenstörung gibt es so beide Seiten. Da gibt es einmal dieses Vermeiden. Ich gucke nicht in den Spiegel, weil ich mich so hässlich finde. Es gibt auch das Checking. Das ist ähnlich auch bei den Essstörungen. Entweder ich gehe nicht auf die Waage oder ich gehe 8-mal oder 15-mal am Tag auf die Waage und messe immer wieder, ob ich vielleicht dicker geworden bin von der letzten Mahlzeit. Und insofern, die Körperdysmorphenstörung ist ja so eine sehr krasse Körperbildstörung, die irgendwo immer zwischen den Essstörungen der sozialen Phobie steht. Ich habe letztens noch gelesen, jetzt wird es ganz weit, dass das auch was Dissoziatives noch haben kann. Weißt du da was drüber? Weil ich habe das nur irgendwo mal überflogen in so einem ganz kleinen Artikel, dass das auch ins Dissoziative fallen kann und dass das sogar psychotisch werden könnte. Also psychotisch bei KDS auf jeden Fall. Ja, ne? Ja, weil die auch diese wahnhaften Vorstellungen dann teilweise haben, dass die Leute sie halt alle angucken wegen ihrer Nase oder dass die Leute über sie reden. Und vor allen Dingen die Leute, bei denen das wahnhafte Züge annimmt, die haben auch meistens weniger Einsicht. Ja gut, das macht Sinn. Und ins Dissoziative. Ja, es kann natürlich auch gerade im Zuge von diesen Sicherheitsverhaltensweisen, also dieses Checking oder so, das kann ja auch dazu führen, dass man, also diese acht Stunden, die man sich mit seinem Körper beschäftigt, die fehlen ja dann irgendwo. Irgendwo müssen sie ja sein. Und das ist den Leuten meistens auch gar nicht so bewusst, dass es überhaupt so exzessiv ist. Wobei, das hast du ja bei Sucht zum Beispiel auch. Genau, ja. So bei Spielsucht und so weiter, das ist ja auch ähnlich. Ich hatte das eher so, aber weil ich den Artikel natürlich nicht gelesen habe, wow, gut vorbereitet bin, hatte ich das eher in so eine Richtung von Abspaltung von bestimmten Körperteilen von sich selber irgendwie, also als gar nicht für sich wahrnehmen. Nicht zugehörig. Genau, nicht zugehörig, aber trotzdem muss es ja, also gehört es ja trotzdem einem zu einem, aber man lehnt es so stark ab, dass es nicht zugehörig sich anfühlt. Wo man dann ja auch wieder nochmal ganz anders an der Compliance irgendwie arbeiten müsste. Also das als ganzheitliches, da die Lenkung auf das gesamte Bild zu fokussieren und da zu sagen, okay, ein Teil von mir, auch wenn ich ihn vielleicht noch nicht mag, es geht vielleicht gar nicht so sehr darum, also das ist ja immer ein ganz großes Therapieziel, was von Klienten oder Patienten gesetzt wird. Ich möchte mich selber lieben. Wo für mich immer die Frage anfängt, was heißt denn Selbstliebe überhaupt? Und vielleicht, wenn ich mich doch abgrundtief ablehne, macht es doch erstmal Sinn, mich erstmal anzunehmen. Und vielleicht auch nicht sofort jeden Tag, sondern dass man so Etappen macht. Und dass es erstmal um eine Akzeptanz und eine Zugehörigkeit geht. Und nicht nur darum zu sagen, okay, und mein Ziel ist es, mich jetzt absolut zu lieben. Das ist so hoch und überhaupt nicht smart. Da kommen wir doch nicht so schnell hin. Und dann ist die Motivation auch super schnell wieder abgeflacht. Also du würdest eher dafür plädieren, so den, einen neutralen Zugang zu sich selbst zu finden und, oder vielleicht den Stellenwert, den man sich selbst in seinem eigenen Leben beimisst, ein bisschen. Also, das klingt jetzt komisch, ne? Aber, ja, ist es, ist es denn, ich muss halt mit mir auskommen. Genau. ich komme halt mit mir aus, so, aber letztendlich meine Selbstbewertung bestimmt ja auch nicht über mein Leben. Natürlich strahlt man irgendwie auch was nach außen, aber das meine ich halt eben mit dem, mich selbst nicht zu wichtig nehmen eigentlich, ne? Also, du musst mit dir klarkommen, du musst mit dir auskommen, aber ich denke auch so von dem abgrundtiefen Selbsthass in die totale Selbstliebe, so ein utopischer Schritt, der ist ja zum Scheitern verurteilt. Das ist ja auch, du denkst ja direkt so, ja, super, wie soll ich das jemals hinkriegen? Genau, der demotiviert ja auch so. Völlig unrealistisch, ne? Genau. Also, kleine Schrittchen und sich einfach am Ende mal ab und zu ganz gut zu finden und ansonsten eine neutrale Haltung zu sich selbst zu haben. Zu akzeptieren, dass man ist, wie man ist. Also, ich habe immer so einen abgespaceden Satz in mir, dass ich ja in mir wohne. Also mache ich mir ein schönes Zuhause in mir, aber manchmal ist es halt auch unaufgeräumt und manchmal nervt mich mein Zuhause auch und es darf ja auch so sein. Also, wenn ich mich als große Ganzheit anerkenne, dann ist doch vielleicht das schon ein Schritt für Selbstliebe, zu sagen, ich muss mich nicht immer lieben, aber ich muss mich vor allem auch nicht hassen. Was für ein schönes Schlusswort. Da kann ich doch nur zustimmen. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Schluss. Ja, also, jetzt haben wir heute viele Themen behandelt, aber ich glaube, es ist halt auch ein sehr spannender Bereich, der viele Menschen ja doch immer wieder bewegt, also sowohl im Kopf als auch körperlich. Ja, und wir hoffen, dass es auch für euch spannend war, uns ein bisschen zu lauschen in unserem Philosophieren über das Körperbild, die Schönheit und die assoziierten Störungen, Verhaltensweisen und den Umgang damit. Ja, und Fragen, Anregungen, Meinungen nehmen wir natürlich immer total gerne entgegen und ansonsten hoffen wir, dass wir einen sinnvollen Podcast heute hier besprochen haben. Genau, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und macht's gut bis dahin. Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss. Tschüss.